Musik Herzlich Willkommen Leute zum neunten Gameplay Commentary hier auf dem Kanal von N7 Nation Mein Name ist Rufless und ihr hört vielleicht kurz an meiner Stimme, dass ich ein bisschen krank bin Aber ich wollte einfach mal ein Commentary machen, weil die Denise hat mir bei Whatsapp so ein Bild geschickt Das ist echt dreist, was da passiert ist, Alter Und zwar hat sie mir da irgendwie so ein, hat sie auf Facebook gesehen bei Punkt 12 Das wird vielleicht einigen von euch was sagen Und zwar geht es darum, dass irgendwelche Eltern aus der Slowakei, glaube ich, waren das Haben da irgendwie ihr Kind, haben die wirklich umgebracht Das waren irgendwelche Junkies von Crystal Meth, Alter Auf jeden Fall schon übelst krank Und die haben ihrem Kind irgendwie, um das ruhig zu stellen, weil das so viel geschrien hat Haben die dem Kind einfach Crystal Meth gegeben Und ja, das Ganze ist dann sogar tödlich geendet, weil die haben eben dem Kind Crystal Meth gegeben Und dann ist das Kind an, irgendwann wurde das bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert Mit einer, wirklich mit einer schweren Verletzung irgendwie am Kopf, glaube ich, war das Und ja, das Kind ist dann wirklich daran gestorben Und als sie den Vater gefragt haben, hat der irgendwie gesagt, das Kind ist von der Waschmaschine gefallen Und hat sich dann eben diese Verletzung zugezogen Aber weil das Kind nicht geschrien hat, hat der Vater gedacht, kann er sich Zeit lassen, weil es ja nicht so schlimm ist und so Bis er ins Krankenhaus fährt Und dann haben die eben im Krankenhaus so toxische Tests gemacht Und dann haben die eben rausgefunden, dass das Kind unter Drogeneinfluss stand Und dann hieß es auch, dass es natürlich klar ist, dass das Kind nicht schreit, wenn es unter Drogeneinfluss steht Weil das merkt ihr dann gar nichts mehr Und hätte der Vater eben das Kind gleich ins Krankenhaus gebracht, hätten die das Kind vielleicht noch retten können Und die Eltern, die haben jetzt auch irgendwie irgendwas mit der Polizei am Hals, so Anzeige Aber die Bullen können auch nicht wirklich was machen Entschuldigung, die Polizisten können auch nicht wirklich was machen Weil die Eltern sich gegenseitig irgendwie nicht belasten und sagen Ja, ich hab dem Kind keine Drogen gegeben Und der Vater sagt, ich hab dem Kind auch keine Drogen gegeben Und deswegen können die denen auch nicht wirklich was nachweisen Und deswegen sind die jetzt wieder auf freiem Fuß und so Können eigentlich fast normal weiterleben Die bekommen jetzt zwar noch irgendwie eine Anklage Aber das sieht irgendwie nicht so danach aus, als wenn die da irgendwie noch schlecht rauskommen Ob die da irgendwas kriegen Weil die, ja die Polizei kann halt einfach nichts nachweisen Und ich frag mich einfach Was in solchen Köpfen von den Eltern los ist Wie, mir geht das, für mich, solche Leute, für die gehört eigentlich meiner Meinung nach wirklich Da könnte man sogar über eine Todesstrafe nachdenken Weil ich mein, wer gibt denn sein Kind Das Kind war vier Monate alt Und die geben dem da Crystal Map, Alter Boah, da kriege ich, Alter Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll Das ist einfach nur so verantwortungslos Und ich weiß nicht, wer den Eltern ins Gehirn geschissen hat oder so Ja, ich wollte euch eigentlich nur mal Ich pack euch den Link mal zu dem Bericht in die Beschreibung Und im Hintergrund seht ihr eine 3 Minuten Nuklear rausgebombt Das Ganze von Jimbo Akimbo Link zu ihm ist auch unten in der Videobeschreibung Und da würde ich sagen, Bewertung kommt hier nicht vergessen Servus, haut rein, Leute Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal, ciao